Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir nun komplett sind, bitte ich Sie, Platz zu nehmen und eröffne die 85. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Darf ich um etwas Aufmerksamkeit bitten? Erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 5, 15 und 16. Gestern Abend tagte der Hauptausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19, Drucksache 19, eine Beschlussempfehlung mit der Nummer 3876, Drucksache 19, abgegeben. Die dritte Lesung steht unter Tagesordnungspunkt 44 auf dem Nachtrag. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von zwei Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 25, dann folgt Tagesordnungspunkt 7. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 24 und rufen dazu die Tagesordnungspunkte 11 und 18 auf. Entschuldigt fehlen heute der Herr Ministerpräsident, aber erst ab 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Frau Staatsministerin Puttrich, ab 13 Uhr. Herr Staatsminister Beuth, bis 9.45 Uhr. Herr Staatsminister Schäfer, ab 16 Uhr. Außerdem Herr Abg. Klaus Dietz, ab 13 Uhr. Wir haben heute noch ein paar Geburtstagsglückwünsche zu überbringen. Ihren Geburtstag begeht heute die Abg. Karin Müller aus Kassel. Ich spreche Ihnen im Namen des Hauses die herzlichsten Glückwünsche aus. Der Blumenbote ist auch schon unterwegs. Nachdem dieser Moment auch fotografisch festgehalten ist, können wir nun in die Tagesordnung einsteigen. Ich spreche Ihnen im Namen des Hauses die